Sooo, nach wie vor sind wir hier ein Stückchen vorangekommen und noch auf der Suche nach passenden Plätzen für Auer und Höfe sind auch gar nicht so schlecht, das geht auf jeden Fall dann wieder Eisen, das ist schon nicht schlecht. Einmal, was sagt eigentlich unser Weizen generell? Kein Überschuss, aber Fisch. Wäre schon alles geklaut. Hier. Darf ich dann jetzt hier einen Weg bauen? Ich darf hier einen Weg bauen, ich wäre verrückt. Okay, dann nehme ich mir natürlich vier Gumpel. Na gut. Das wird unschuldig sein. Das nächste Eisenbergwerk. Okay, dann ist das gut. Passt auf. Jetzt baut... Das ist nicht schön, was wir gesehen haben. Wo ist die Mitte, oder? Mit! Wir nehmen alles mit! Also, woran es hier überhaupt nicht scheitert ist, Kohle. Also, das ist ja gefühlt vorbei. Ich hatte den Gegner tatsächlich schwerer, in der Ahnung. Warum? Die Goldkacke waren sehr schnell alle, tatsächlich. Das ist ja gefühlt. 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 Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wollte ich den gar nicht. Ah, wir haben... So, die König. Weil... Schlaufer reinigt von mir, das ist Mist. Hier ist es. Ja, Schmiede, Joder. Ja, hier ist es, Schmiede. Keine Reise. Untertitelung des ZDF, 2020 Nudel-Oils? Das hat mir gerade nix. So, geht das hier mal voran. Oh, das ist richtig. Oh, ich muss mal gucken, was ich hier vorbeurte. Oh, das sieht so schlecht aus. Den Turm noch, den Turm noch, dann haben wir schon mal das Hauptquartier umzingelt. Noch. Einfach direkt. Einfach direkt machen. Ah, eine Spitzhacke wurde hergestellt. Einfach direkt. Einfach direkt. Einfach direkt. Die sind schon recht hoch. Einfach direkt hoch. Weiter rum ihr Gegner. Einfach direkt. Einfach direkt. Einfach direkt. Einfach direkt. Einfach direkt. weg, das nervt mich. Dann können wir den auf jeden Fall schon mal tüchtig schwächen. Das war ja nun wirklich... So, das heißt hier, zack, aus. Bleibt es gleich aus. Räumen. Ein bisschen Ojos. Guck dir so hin. Guck dir so hin. Guck dir so hin. Guck dir so hin. Wunderbar. Guck dir so hin. 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 Ja, ich weiß das noch heute ohne Arbeitersinn, aber... Guck dir so hin. Oh, Gold. Guck dir so hin. Guck dir dich. Guck dir so hin. Guck dir so hin. Gold. So, später wird die Schlosserei schon hinterher kommen. So, später wird die Schlosserei geöffnet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier können wir auf jeden Fall noch jede Menge Geologen rausholen, wenn es wahrscheinlich das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier nochmal, das sieht vielleicht besser aus... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was war jetzt der Schuss? Was war jetzt der Schuss? Oder, oder? Oder, oder? Oder, oder? ein Geologen-Command ein Geologen-Command voll und dann das велus. daí auf einmal so viel Wald steht. noch ein Bauernhof hier noch einen Hafen haben oder später würde ich sagen, können wir hier einen Bauernhof hier 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 Schließt. Das ist ein 4- und 2- und 3- und 3-1-3-4-3-4-5-5-5-5-5-5-6-5-0-4-6-5-0-0. viele querverbindungen so wird er kann ja wieder nicht rüber also muss hier wieder einer angekarrt werden greifen wir einfach gleich noch mal weiter an ich habe hier noch eine gute Anleitung und dann aber auch wieder eine gute Anleitung diese Anleitung wird auch mal wieder so wird er aber auch wieder mit einer Art und Weise diese Anleitung wird auch noch etwas als nächstes Mal Vielen Dank.